Hallo! Wir sind angekommen in Guatemala und uns geht's super, also mir geht's ganz gut. Wir haben gut geschlafen, tolle nette Cafés gefunden, in denen wir frühstücken können und Kaffee trinken und ganz gemütlich in den Tag starten, Spanisch gelernt, uns das Inselchen angeschaut, denn wir sind untergebracht auf der kleinen Insel Flores und es ist ganz süß. Es gibt viele kleine Cafés, Restaurants, kleine Gassen, Marktplatz und alles ganz toll. Da vorne verkaufen die Muttis ihren Kuchen und ihre selbstgemachten Sachen und da kommen die ganzen Dorfleute und kaufen sich was zu essen und natürlich die Touris. Eine ganz angenehme Atmosphäre. Es regnet ein bisschen, deswegen schaut es ein bisschen grau aus. Man sieht den tollen See hinter uns, auf dem fahren dann die Boote hin und her und kutschieren die Touris und die Einheimischen von hier hin nach da hin. Also wie gesagt, mir geht's ganz gut. Bis bald!